Ihr habt ihn euch gewünscht und deswegen machen wir ihn an dieser Stelle, beziehungsweise in den Kommentaren wurde sich jemand zum Thema Red Pill gewünscht, der gute Klaus Thiele, natürlich jemand, den ich auch verfolge, den ich auch schaue, vorne weg erstmal, ich finde Klaus eigentlich sehr witzig, ich finde die Videos immer sehr amüsant, wie er sich immer selbst bei allen Sachen, die er erzählt, weglacht. Was ich grundsätzlich mag, ist so seine Art und Weise, wie er mit den Sachen umgeht, also er führt immer Studien, er hat die aber verlinkt, hat auch auf seiner Website Studien verlinkt zu diesem Thema Studien und wie evidenzbasiert das dann am Ende des Tages wirklich ist, da komme ich gleich nochmal zu. Ich will einfach mal kurz hier mit einem Video von ihm einsteigen, 15 goldene Regeln für den Umgang mit Frauen, Red Pill Anleitung, wo er so ein paar Red Pill Truths droppt, ich kommentiere das gerne mal, das ist so sein beliebtes Video und dann will ich ab und zu mal auf diese Evidenzsachen eingehen, die er dann auch mitbringt. Ich glaube in diesem Video tatsächlich nicht so viele Evidenzsachen, aber wir schauen einfach mal rein und gucken uns das mal an. Also für Leute, die jetzt nicht Bescheid wissen, Red Pill einfach die Idee, eine Wahrheitsbildung zu schlucken, die dich darüber aufklärt, was oder wie es wirklich mit Frauen ist und optimalerweise auch wissenschaftlich und evidenzbasiert, machen natürlich nicht alle. Das Allerwichtigste für den Mann ist es, die eigene Gesundheit, die eigene Mission und die eigene Ziel, an der erste Stelle zu packen. Das ist ja genau das Problem auch an den Blue Pillern und den Betas, die versuchen ja die ganze Zeit die Frau auf das Podest zu heben, aber wie heißt es so schön, wenn du sie wie ein Star oder Celebrity behandelst, wird sie zu dir herabschauen und dich wie ein Fan behandeln und die weibliche Übergamie versucht halt eher nach oben zu zielen und da kann das ja meistens nicht aufgehen. Und deswegen, weil das eben oftmals ein schöner Nebeneffekt ist, dass man dadurch die Frauen ins Leben zieht, sehr wichtig, das trotzdem primär an erster Stelle zu setzen für sich selber, weil da das eigene Wohlbefinden und vor allem ein sinnerfülltes Leben weitaus nachhaltiger diesbezüglich sind. Gehe ich einfach mit, macht natürlich total Sinn, deine Gesundheit, deine Mission erstmal, deine Ziele an erste Stelle zu stellen. Klar, du musst dich halt erstmal um dich selbst kümmern und dann kannst du halt gucken, wen du noch in dein Leben holst oder wo du vielleicht anderen Hilfe zukommen lässt. Das muss natürlich immer erstmal passen, was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht auch schon auf dem Weg dahin auch mal andere unterstützen kann. Aber klar, es ist so dieses auf Podest stellen, oh die Frau, ich mache alles für sie, ich verändere meine persönlichen Einstellungen für sie oder stimme ihr bei Dingen zu, die ich gar nicht so sehe, vernachlässige vielleicht Dinge, die vielleicht sagt sie mir, dass sie das nicht so mag und dann mache ich es nicht mehr. Das ist natürlich alles Blödsinn, macht keinen Sinn und sorgt noch nicht dafür, dass die Frau dich dann auf irgendeine Art und Weise attraktiver findet. Und damit kommen wir zur zweiten Regel, wähle unter den Frauen, die dich auswählen. Da hat man nämlich dann gar keinen Bedarf für irgendwelche Anmachsprüche oder Ewigkeiten rauszugehen und dauernd hier, oh grüß dich ja und so weiter. Klar, hilfreich als Übergang, um ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, aber primär kommen ja vor allem, wenn man sich hier die Stars anschaut oder die Leute, die weiter oben in der männlichen Dominanz-Hierarchie platziert sind, die Frauen zu denen hin. Und die müssen dann nur noch auswählen, oh du qualsch mal, okay, ja geht schon. Das sind halt auch sehr wichtige Aspekte, die man nicht vergessen darf. Und wenn da jetzt sich einige von euch fragen, ja, aber ich kann ja hier gar keine Frauen auswählen, schon wieder leicht diese Bedürftigkeit, dann muss ich wieder auf die Regel 1 verweisen. Zuerst schauen, dass man die Mission und die eigenen Ziele verfolgt und damit einhergehend hat man es dann halt oftmals auch viel leichter, den Aspekt 2 zu bedienen. Habe ich damals auch gemerkt, ja, da bin ich stundenlang raus, habe Pickup gemacht, habe Städte bereist mit Airbnb, nur um hier Daygame zu sargen, wie man ja sagt. Aber als ich dann mal hier bei einem Kumpel mitgeholfen habe, als der sein DJ-Ding richtig hochgepusht hat und ich war dann sozusagen der Typ, der neben dran stand, als der Manager oder wurde so wahrgenommen, dann kamen ja die ganzen Frauen zu uns hier ins Backstage und auf die Bühne und dann muss man ja quasi nur noch hier die Daten austauschen. Weil das ist ja oftmals, dass eine Frau geht ja nie direkt auf den Mann zu, sondern indirekt durch sogenannte Catwalks und macht sich dann schon hier bemerkbar, indem sie dann Kontakt aufbaut oder einen ganz zufällig auf Facebook entdeckt und dann muss man nur noch schauen, dass man hier das alles passieren lässt. Ja, hey, komm, nur ein bisschen mal auf einen Gurkensalat treffen und dann muss man sich nicht allzu blöd anstellen, nicht zu viel Quatschen. Gute Gurkensalat. Und dann muss man die Frau das meiste Reden übernehmen lassen, weil dadurch interpretiert sie ja noch mehr in den Mann hinein und dadurch passiert es dann auch viel, viel leichter, ohne dass man hier versucht, irgendwelche Briefe oder ganze Gedichte zu formulieren. Briefe? Okay, also grundsätzlich, finde ich ein bisschen schwarz-weiß formuliert. Natürlich, wenn du an einer krassen Position bist, wie er jetzt sagt, du bist der super DJ, der bekannt ist, klar kommen die Frauen dann auf dich zu und das ist natürlich der optimale Punkt, an dem du sein möchtest. Aber wie er es auch schon selbst eigentlich angedeutet hat, ist es natürlich eine Entwicklung. Du musst dich dahin entwickeln, seine Regel 1 passt ja auch dazu. Und es macht natürlich total Sinn, auf dem Weg dahin, während du dich eh entwickelst, trotzdem einfach Frauen kennenzulernen, Frauen anzusprechen, die dir gefallen, bis du halt in dieser Position ein bisschen, der Frauen dich auswählen, was sicherlich auch eine Position ist, in der nicht jeder Mann irgendwann ankommt. Ich bin aber voll bei ihm, wenn er sowas sagt wie, er ist irgendwie in irgendwelche Städte geflogen und hat die ganze Zeit Daygame gemacht. Ich glaube, das sollte kein Mann wirklich machen. Es geht einfach darum, auch wenn du bei mir im Coaching bist, es geht darum zu lernen, das hinzubekommen, das im Alltag anwenden zu können, sodass du es halt entspannt in den Alltag integrieren kannst. Dein Alltag sollte daraus bestehen, dass du das machst, was du gerne machen möchtest in deinem Leben, dass du dein Leben so lebst, wie du es möchtest, optimalerweise dir ein bisschen überlegt hast, wo du hin möchtest und dahingehend unterwegs bist, was auch immer das jetzt ist. Das ist ja auch jedem selber überlassen. In jeder Nische gibt es auch immer Männer, die von Frauen relativ gefunden werden und dass du halt im Alltag, wenn du einfach eine Frau siehst, die dir gefällt, einfach mal rübergehen kannst und hi sagen kannst. Ich finde, das eine schießt das andere nicht aus. Und natürlich, wenn du der Superstar bist und du bist, keine Ahnung, Hollywood-Schauspieler, dann musst du nichts davon machen. Aber wer von uns ist Hollywood-Schauspieler, beziehungsweise wer kommt jemals an diesem Punkt an? Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mann zwangsläufig sich jetzt so krasse Ziele setzen muss, dass er so eine richtige Koryphäe in seinem Bereich werden muss, nur um irgendwie Erfolg mit Frauen zu haben, damit die Frauen dann auf ihn zukommen. Klar funktioniert das, aber das ist jetzt nicht der einzige Weg. Ein bisschen schwarz-weiß gesehen, aber grundsätzlich stimmt das natürlich, was er sagt. Regel 3, eine Frau muss sich deinem Programm anschließen, sonst hast du leider nichts mit ihr zu tun. Und das ist eben die Wichtigkeit von Frame. Also in welchem kognitiven Deutungsrahmen befindet sich hier die Frau oder halt auch der Mann? Weil wenn man da mal so rumschaut, letztens erst auf dem Klo gewesen, ja, da habe ich einen gehört. Der sagt so, ja, zu einem Kumpel, ja, happy wife, happy life. Und dann war der Volker und Jesus neben mir gestanden. Ja, das ist so, Böder! Happy wife, happy life ist. Weil er halt schon so ein Leining gezwungen ist. Und dann merkt man halt, oh, okay, der ist im Programm der Frau, weil er versucht ja hier ihr alles recht zu machen. Oder auch eine spannende Geschichte, er ist von einem Bekannten auch gehört im Umfeld. Da ist diejenige welche ins Ausland zum Studieren. Und was macht er als braver Leingezwungener? Er zieht natürlich der Frau hinterher, weil er dann hier alles stehen und liegen lässt. Seine Mission, ja, das ist nicht so wichtig, Hauptsache, der Frau hinterher reisen. Und die ist ja... Der Mann hatte wahrscheinlich gar keine wirkliche Zielsetzung oder Mission, der in dem Moment gefolgt ist. Hätte er so eine klare Richtung gehabt, hätte er es wahrscheinlich gar nicht gemacht, wenn es der Richtung so entgegengestanden hätte, vermutlich. Ja. Dann, oh mein, die Heilige und die Erfüllung des Lebens. Dann muss man nur noch die Tage zählen, dass sie die Anziehung verliert. Weil das ist halt meistens das, dass wenn eine Frau in der Beziehung die Hosen anhat und alles vorgibt, findet sie halt aufgrund schon der Hypergamie und vor allem im Aspekt der sexuellen Anziehung sehr abtörnend. Auch wenn sie es natürlich wie immer verleugnen, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist ja genau dieser wichtige Punkt dabei, habe ich schon mal beleuchtet. Da geht es nicht darum, dass man der Frau irgendwas verbietet, sondern, dass man halt einfach so ist und sie dann gerne da hier sagt, okay, bei dem bin ich mit am Start. Der hat so ein heftiges Statuspotenzial, diesen Aktienaspekt, dass er in der Zukunft vielleicht auch nochmal richtig hoch geht, dass sie sagt, okay, der ist so ein heftiger Typ, der hat so einen männlichen Frame, da gebe ich mich gerne rein und das machen sie ja dann auch meistens. Weil das eine Frau natürlich auch sehr gerne macht, wenn hier ein männlicher Alpha-Frame am Start ist, im Vergleich zu den Leining gezwungenen, die dann auch so dumm sind, mit solchen Frauen in eine Beziehung zu gehen, die dauernd diese Penisneid, Wettbewerbssucht und so weiter haben, auf Dauer ist das halt einfach nichts, was nachhaltig ist und wo halt dann auch mehr oder weniger häufig sowas dann auch in die Brüche geht. Damit kommen wir zu. Ja, finde ich nicht schlecht. Also man muss wissen, welche Konstellation, welche Dynamik man präferiert. Es gibt natürlich auch Frauen, die feiern es dann, wirklich die Führung zu übernehmen. Es gibt auch Männer, die feiern es dann, in die mehr so passive Rolle zu gehen. Ich kenne da auch Leute, persönliche Freunde von mir, die auch sehr erfolgreich mit Frauen sind, obwohl sie trotzdem, obwohl sie dann am Ende, wenn sie mit Frauen in längeren Geschichten sind, dann schon eher in diesen Konstellationen sind, dass die Frauen da eher führen und sie eher so ein bisschen folgen. Kenne ich auch. Man muss halt wissen, was man selbst, was einem selbst taugt, was für einen selbst passt. Für mich passt es auch eher, wenn ich so ein bisschen die Führung übernehme. Auch das, ja, also das passt mir persönlich besser. Ich glaube, da muss man sich einfach gut kennen. Und ich würde auch sagen, ja, die meisten Frauen wollen sich gerne einem, dem Frame des Mannes, so ein bisschen dem Leben des Mannes anschließen, vorausgesetzt der Mann führt auch sein Leben ordentlich. Das ist immer die andere Kehrseite. Alle Männer wollen immer, dass die Frauen ihrer Führung folgen, aber können dann gar keine richtige Führung providen oder wissen selbst gar nicht so richtig, was abgeht und was Sache ist. Und Führung bedeutet natürlich auch, dass du dich nicht nur um deine Bedürfnisse und dein eigenes Leben kümmerst, sondern wenn die Frau dir halt folgen soll in deinem Frame und du möchtest sie führen, dann musst du natürlich auch gucken, dass du dich immer um sie kümmerst, was ihre Bedürfnisse angeht. Also wenn sie alles, wenn sie die Führung abgeben soll, dann kann sie das ja nur, wenn du auch dann im Gegenzug bei der Zielsetzung, die du für euch zusammen festlegst, sie eben mit berücksichtigst. Dann bist du natürlich verantwortlich mit für sie in gewisser Art und Weise, so wie wenn du jetzt der Drill Sergeant bei der Army bist und die Leute sollen die Führung an dich abgeben, dann bist du eben auch für diese Leute verantwortlich und musst auch gucken, dass was auch immer du als Ziel setzt und in welche Richtung du auch immer gehst, allen Leuten dient, die du mitnimmst, die du führst. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den manche Männer, glaube ich, bei diesem Führungsthema manchmal nicht so ganz auf dem Schirm haben. Zur Regel vier, Frauen sind primär streng zu behandeln, gelegentlich babymäßig, also im Verhältnis 90 zu 10 Prozent. Es passiert ja auch ab und zu mal, dass man hier noch mehr in die Beta-Seite reinrutscht. Vor allem hier geht es ja wieder um diese proaktive Dominanz, dass man die Frau eben hier hernimmt und sagt, du pass auf, heute habe ich Lust, hier essen zu gehen. Wie schaut es bei dir aus? Dass man ihr die Veto-Chance einrichtet, aber primär dann doch, wenn sie so unschlüssig ist und ich weiß doch nicht, dass man sagt, okay, pass auf, heute gehen wir da hin. Was sagst du dazu? Grieche, bist dabei. Und dann macht man das halt und zieht das durch, anstatt dass man dann dauernd so zu Kreuze kriegt. Weil das ist halt dann auch wieder ein großes Problem, vor allem kurzfristige, langfristige, mittelfristige Beziehungsdynamiken, was dann hier eben auch zu... Ja, also ich glaube, das ist manchmal ein bisschen sehr hart gesehen. Ich glaube, du kannst eine Frau einfach fragen, hey, guck, wir können da zum Griechen gehen, hast du auch Bock drauf oder worauf hättest du Bock? Und wenn sie sagt, ja, cool, machen wir so, dann machst du es halt. Und wenn sie sagt, oder wenn du sie fragst, hey, worauf hast du Bock, heute was essen zu gehen? Und sie sagt, boah, keine Ahnung. Dann sagst du halt, okay, cool, dann lass uns zum Griechen gehen, let's go. Bisschen, finde ich, ein bisschen drüber. Ich verstehe seinen Punkt schon. Baby-mäßig hat er jetzt leider nicht erklärt. Ich weiß nicht ganz, was er damit meint. Aber ich verstehe den Punkt schon. Ich denke aber, man kann der Frau auch den Entscheidungsspielraum einfach einräumen. Und wenn sie dann sagt, boah, keine Ahnung. Also Frauen kommunizieren dir schon, wenn sie a, in dem Moment keinen Bock haben zu entscheiden oder in dem Moment wirklich nicht genau wissen, worauf sie Bock haben. Und dann kannst du dir immer noch sagen, pass auf. Und dann kannst du dir immer noch sozusagen das Geschenk der Entscheidung, dass du als Mann mitbringen kannst in einer Beziehung, kannst du dann ja immer noch mitbringen und sagen, okay, pass auf, dann gehen wir jetzt zum Griechen. Ja, würde ich nicht ganz so extrem sehen, sodass du immer sagen musst, hey, wir gehen heute zum Griechen. So, das brauchst du halt nicht. Aber sei dir bewusst, dass eine Entscheidung zu treffen eine Eigenschaft ist, die viele Frauen an ihren Partner wertschätzen. Vorausgesetzt, sie haben das Gefühl, sie können sich in die Führung des Partners einreihen und das dient ihnen auch selber, wie ich jetzt gerade im vorjährigen Punkt schon besprochen habe. So einen massiven Anziehungsabfall diesbezüglich dem Mann gegenüber immer wieder vorzufinden ist. Damit zur fünften Regel, sei immer darauf vorbereitet, sie zu verlassen. Und zwar finanziell, emotional und körperlich. Ja, macht ja schon Sinn. Das verstehen viele Männer auch nicht, weil sie ja so viel sind und da diesen massiven Romantizismus aus Hollywood übernommen haben. Denn wie heißt es so schön, Männer sind die idealistischen Romantiker und Frauen die idealisierten Romantiker. Denn wenn es wirklich darauf ankommt, sind die Frauen ja vielmehr psychologisch ausgerüstet, hier den Mann zu verlassen. Haben bestimmt viele von euch schon gesehen. Das benennt er Thomas ja als die sogenannte Frauen-des-Krieges-Dynamik, dass die Frau eben psychologisch viel schneller mit einem Mann abschließen kann und oftmals ja einen Plan B Mann in der Hinterhand hat. Und da die Männer dann oftmals aus allen Wolken fallen, wenn jetzt die Trennung da ist und zack, ist schon der Neue da. Und sie hat dieses Kapitel emotional viel schneller verarbeitet, als es viele Männer ist, die idealistischen Romantiker hier eben machen. Deswegen ist das auch ein Aspekt, der nachgeholt werden muss, dass man auch hier diese stoischen Anteile immer für die eigene psychische, finanzielle und vor allem körperliche Gesundheit dann immer im Hinterkopf behält. Weil das ist ja halt leider Gottes das, die meisten Männer legen sich ja dann impulsartig um und meistens halt auch wegen den intimen Partnerproblemen, ohne dass da jetzt eine vorangegangene Depression da ist. Und das kommt halt leider Gottes auch aus diesen ganzen Blue-Pill-Dynamiken. Habe ich ja auch schon mal beleuchtet, wie die Red Pill Leben rettet. Markiere ich aber auch nochmal gerne hier oben. Und damit kommt... Ja, also gehe ich vorhin mit seiner Mutter vorbereitet, sie zu verlassen. Klar, also wenn, weiß nicht, das Ganze nicht funktioniert oder sie, keine Ahnung, dir nicht gut tut oder so, natürlich musst du dann bereit sein, sie finanziell, emotional und körperlich zu verlassen. Also klar, das ist ja bei allen Sachen so. Du solltest natürlich immer, das gilt natürlich auch für beide Seiten oder für alle Menschen generell im Leben, wenn du in irgendwelchen Situationen bist, die dir nicht gut tun, solltest du immer optimalerweise darauf vorbereitet sein, diese Situation verlassen zu können und dann mit den jeweils folgenden Konsequenzen und negativen Emotionen dann umzugehen, die da mit einhergehen. Aber das ist genau, ich würde sagen, eine generell gute Grundregel für das Leben. So kann man sagen. Kommen wir zur sechsten Regel. Lass dich niemals von einer Frau beschimpfen oder runtermachen. Das habe ich letztens auch beim Einkaufen mal gemerkt. Ja, da ist so ein Paar vor mir, so eine ältere Dame, die schon sehr an Schwungmasse auch zugenommen hat. Dann tut sie dann den Mann beschimpfen und macht den runter. Und er so, ja, Schatz. Da habe ich mir nur gedacht, um Gottes Willen, wie kann man denn so ein dressierter Dackel sein? Weil er sich das ja dann auch noch gefallen lässt und sie dann überhaupt nicht irgendwie zurechtweist und sagt, hey, pass auf, was du hier abziehst, ist absolute Kinderkacke. Du verhältst dich jetzt wie ein Erwachsener oder, mei, da gebe ich dir halt leider keine Aufmerksamkeit mehr für schlechtes Verhalten. Aber das ist ja genau das, ja? Dann sagen sie, happy wife, happy life. Lassen sie sich hier beschimpfen und vor allem verliert sie dann noch mehr Respekt, weil er es ja mit sich machen lässt. Und die Aspekte der Sexualität sind damit eh schon zehn Jahre in der Vergangenheit dann gelegen. Und da, wie gesagt, Männer müssen hier auch lernen, solche Trash-Loot-Weiber loszuwerden. Trash-Loot-Weiber. Ja, ja, klar, macht natürlich vollkommen Sinn. Das finde ich auch. Es ist immer so, generell ist mittlerweile auch so im gesellschaftlichen Konsens ein bisschen, dass so sich über Männer lustig machen, ist relativ normal, sich über Frauen lustig machen, geht gar nicht. Das ist schon so eine Sache, die so eben in der Gesamtgesellschaft angekommen ist. Und klar, wenn eine Frau dich schlecht behandelt, dich runter macht oder dich beschimpft, dann solltest du ihr sagen, dass ihr das jetzt noch ein einziges Mal macht, dann ihr leider nicht mehr miteinander in was auch immer welcher Form der Verbindung stehen werdet. Klar, macht ja Sinn. damit einhergehend, weil sie sich auf der Stelle auf ihr schlechtes Verhalten und das würde ich in dem Aspekt auch wie in dem Beispiel direkt an der Kasse in diesem Laden machen. Und wirklich darauf scheißen, was die Leute drumherum dann machen. Ja, ja, bin ich. Oh, der ist aber böse. Ja, bin ich auch. Da haben wir so einen wundervollen Effekt. Da werden wir definitiv männliche Überverantwortlichkeit und weibliche Unterverantwortlichkeit sehen. Das kommt auch, die Leute verstehen das auch besser, wenn du ihnen direkt Feedback gibst, als wenn es in einer, also wenn es zu spätet passiert. Das heißt, wenn direkt Feedback passiert, negatives Feedback, wenn etwas passiert ist, dann lernen Leute auch daraus besser, als wenn du es ihnen zu irgendeinem anderen Zeitpunkt sagst, wo vielleicht gar nicht mehr so ganz klar ist, was war eigentlich die Situation. Und ja, ich bin voll bei ihm. Da sind Umgebungsvariablen jetzt total egal, so ob ihr jetzt im Supermarkt seid oder wo auch immer. Da würde ich auch direkt sagen, hey, das geht nicht. Heißt halt auch, gesunde Grenzen setzen. Nicht jetzt total auslasten, sondern einfach ganz ruhig. Nö, genau. Wie mit einem emotionalen Kleinkind dann hier, was man ja dann auch oftmals damit einhergehend sieht, ja, wenn sie beschimpft und runter macht, sind es auch Aspekte, die halt damit reinwirken. Aber hier klare, ruhige Grenzen setzen. Wenn die eingehalten werden, dann umso besser. Wenn nicht, dann macht man zack und weg damit. Und damit auch zum Punkt 8. Schon. Belohnen niemals schlechtes Verhalten oder schlechte Leistungen. Das ist genau das, was ich meine, dass wenn man hier ein negatives Verhalten sieht, dass man es nicht mit der Währung der weiblichen Ebenen belohnt, nämlich Aufmerksamkeit. Und negative Aufmerksamkeit, Streiten und so weiter, ist genau so ein belohnender Aspekt, der hier mit reinbohrt hat. Deswegen auch nicht hier lange rumdiskutieren. Lange Streiten überhaupt nicht. Sondern einfach sagen, wie gerade aufgelistet, hier, das ist absoluter Müll, was du hier machst. Und wenn das dann eingehalten wird, sehr schön, wenn nicht, Aufmerksamkeit abziehen. Weil das Gleiche sehen wir ja auch bei den Frauen vor allem. Die machen das ja mit der Sexualität die ganze Zeit. Männer sind die Sexabhängigen, Frauen sind die Sexdealer. Und die meisten, vor allem in der heutigen Zeit, sind ja die absoluten dressierten Hausdackel. Und würden ja sowas nicht mehr machen, weil sie ja sagen, oh Gott, dann würde mich meine Ersatzmama ja verlassen. Das ist aber leider absoluter Bullshit, weil es halt immer wieder zu dysfunktionalen Beziehungen dann resultiert. Und damit kommen wir zur neunten Regel. Ja, genau. Also klar, wir wollen niemals schlechtes Verhalten. Das ist ja die anderen Regeln von vorher schon zusammengefasst. Frauen sind die Sexdealer, fand ich auch gut. Und klar ist es natürlich so, Frauen sind schon die, die die Entscheidung treffen, mit wem sie schlafen. Die Männer haben ein deutlich höheres Bedürfnis danach, mit Frauen Sex zu haben, als Frauen damit haben, mit Männer Sex zu haben. Deswegen, die Ware ist da schon, wenn du es jetzt als Ware bezeichnen willst, wenn wir es jetzt so markttechnisch sehen, liegt das schon auf der Seite der Frauen. Ist true. Aber genau, mit der Regel würde ich auch mitgehen. Aber ist natürlich auch so, also die letzten Regeln, würde ich sagen, waren jetzt so Regeln, die kannst du auch jedem Menschen generell sagen. Finde ich auch gar nicht kritisch, diese Regeln, außer wobei, belohne keine schlechten Leistungen. Den Punkt habe ich jetzt nicht ganz gekriegt, aber hat er auch nicht erklärt. Aber finde ich sind so, kannst du auch jeder Person, kannst du auch eine Frau sagen, kommt genauso hin, denke ich. Vor allem im Punkt von Emotionalität, bewältige deine Emotionen und Probleme alleine oder mit sicheren Personen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man vor allem resignative Schwäche oder Angststörungen oder ähnliches nicht mit einer Partnerin behandelt, weil die ist nicht die Psychotherapeutin. Und vor allem sind ja genau das Aspekte, die für den Keller weiter unten zu Sahara-Zuständen führen, weil sie sowas halt sehr, sehr, sehr unattraktiv finden, wenn der Mann Schwäche zeigt, auch wenn sie natürlich wie immer leugnen. und genau deswegen muss man sich hier um sichere Personen bemühen, wenn man das nicht alleine schafft, gute Freunde, die sich damit auskennen, notfalls Psychotherapeuten und dann auf alle Fälle nicht großartig das vor der Frau breittreten, weil das eben, wie gesagt, Frauen lieben einen Mann primär nicht für das, was er ist, sondern für das, was er tun kann, um es jetzt so abstrakt zu zeigen, denn das ist ja oftmals, wie vorhin gesagt, diese Aktiendynamik. Frauen haben da natürlich Spielraum und ja, man ist dann nicht so gut drauf, aber trotzdem, auch wenn sie es nicht willentlich, absichtlich entscheiden, sind diese Aspekte, männliche Schwäche, eben sehr abstoßend für die sexuelle Anziehung, sexuelle Erregung auf der Seite der Frau. Ich meine, woher kommt es wohl? Im Paleolithicum, wenn da der Mann nicht schützen konnte für das eigene Kind oder auch für den Stamm, sondern dauernd weinerlich war, dann ist der natürlich eine Gefahrenquelle, weil die Frau muss ja das eigene Überleben und vor allem das des Kindes letztendlich hier sichern und immer im Hinterkopf halten. Und wenn der Mann dann so komplett unfähig ist, irgendwas großartig zu leisten, dann sehen wir halt solche Dynamiken. Gerade auch deswegen muss man sich von diesen idealisierten Liebesvorstellungen komplett freimachen, weil die sind ja meistens durch Hollywood, den Männern vor allem, indoktriniert wurden. Und so schaut es halt nicht in der Realität aus. Liebe ist niemals bedingungslos. Optimalerweise bei den Kindern, dass man die... Ja, das ist ein Abseits von dieser neunten Regel. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich öfter mal mit Männern habe. Ja, Liebe ist nicht wirklich bedingungslos die partnerschaftliche Liebe weder von der einen noch von der anderen Seite. Das ist immer ganz wichtig zu verstehen. Das geht immer so ein bisschen unter in dieser Diskussion. Natürlich, die Frau lernt dich halt irgendwie kennen als Mann und so wie sie dich kennenlernen, verliebt sie sich dann in dich, weil sie dich cool findet, weil sie, keine Ahnung, du fühlst ein cooles Leben. Bist als Typ einfach entspannt, bist locker, bringst einen coolen Vibe mit. Sie genießt es einfach in deiner Umgebung zu sein und dann irgendwann, weiß nicht, hörst du irgendwie auf, dieser Typ zu sein, gibst dich deinen Süchten hin, zockst die ganze Zeit, guckst die ganze Zeit Pornos, guckst die ganze Zeit Fernsehen und kriegst irgendwie dein Leben nicht mehr auf die Kette. Klar, dann kannst du schon davon ausgehen, dass die Frau so ein bisschen Bock darauf verliert, mit dir Zeit zu verbringen und sich vielleicht nach einem anderen Mann umguckt. Das ist auf jeden Fall so und in der Hinsicht ist Liebe auf jeden Fall nicht bedingungslos. Andersrum ist es aber genauso, kannst du dir auch vorstellen, du hast irgendwie eine Frau kennengelernt, die findest du sehr attraktiv und dann kommst du mit der zusammen und irgendwann, keine Ahnung, fängt sie an, nur noch auf der Couch rumzuliegen, Kartoffelchips zu essen, Fernsehen zu gucken und keine Ahnung, wird immer dicker und hängt nur noch zu Hause rum und macht gar nichts mehr mit ihrem Leben. Dann denkst du dir wahrscheinlich auch irgendwann, okay, ich habe diese Frau zwar geliebt oder ich liebe diese Frau vielleicht immer noch als Mensch, als Person, aber irgendwie, ja, traugt mir das partnerschaftlich nicht so ganz. Von daher absolut korrekt von beiden Seiten aus, das machen, also es ist Männer so wie Frauen. Genau, also du hast halt so diese bedingungslose Liebe von deinen Eltern, von deiner Mutter, von deinem Vater, wobei man natürlich auch da, wenn man jetzt noch mal einen Abstraktionspunkt weiterdenken wollen würde, auch sagen könnte, okay, insofern bedingungslos, du bist halt deren biologisches Kind und daher kommt halt auch logischerweise diese Liebe, also wenn du es so sehen willst, ist das auch nicht vollkommen bedingungslos, aber das ist natürlich das, was am aller, aller Nächsten an bedingungslose Liebe drankommt und bewältige deine emotionalen Probleme allein oder mit sich und Personen, finde ich auch korrekt. Also ich denke, oder das heißt, ich denke, ich weiß, es ist kein Problem, dass du auch mal deine Partnerin, das ist ja immer jetzt Partnerin, weil also viele von diesen Regeln sind partnerschaftliche Regeln, weil das trifft halt alles gar nicht so super darauf zu, wenn du jetzt eine Frau irgendwie einmal auf einem One-Night-Stand-Date ist, dann wirst du ja wahrscheinlich sowieso deine emotionalen Probleme nicht erzählen, denke ich jetzt, hoffe ich jetzt, aber du kannst schon deiner Partnerin, wenn ihr connected seid, mal erzählen, okay, das ist gerade eine Schwierigkeit in meinem Leben, da weiß ich gerade nicht so genau, was Sache ist, aber ich bin auch der Meinung, dass du es nicht mit ihr breit treten solltest, sondern geh zu einem Kumpel, geh zu einem Freund, bekatsch das mit dem, lass dir von dem ein paar reflektierende Ratschläge geben oder wenn es eine ganz, ganz kritische Sache ist, geh zu einem Psychologen, Schrägstrich sichere Person oder genau, guck halt, dass du es irgendwie, dass du es alleine machst. Also was ich immer mache, wenn ich in Situationen bin, wo so ein bisschen Unkleid in meinem Leben besteht, ich gehe gerne in die Natur, ich gehe gerne in den Wald, ich gehe gerne so in die Abgeschiedenheit, reduziere dann auch solche Sachen wie Fernsehkonsum oder keine Ahnung, ich höre auch keine Hörbücher, ich lese auch nichts, ich kommuniziere wenig mit meinen Freunden, das ist dann auch kein super langer Zeitraum, aber als ich vor ein paar Jahren meine relativ große Entscheidung treffen musste, war ich auch zwei, drei Tage am Stück quasi in der Natur und habe dort viel Tagebuch geschrieben, also das, was reflektiert wurde, niedergeschrieben, habe viel nachgedacht, habe aber auch viel so stille Momente gehabt, in denen ich meditiert habe und bin dann letztlich zu einer Entscheidung gekommen, die gepasst hat und habe das wieder alles ein bisschen voreinander gekriegt, also ich finde, das ist so der beste Weg, den ich dir persönlich empfehlen kann, wie man mit solchen Sachen am besten umgehen kann, aber klar, grundsätzlich alleine oder mit sich in einer Person, ja, kann ich mitgehen. Und selbst da gibt es ja manchmal unausgesprochene, übersehene Rahmenbedingungen, die da auch mit reinwirken. Regel Nummer 10, lerne, Zeit alleine zu verbringen. Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man vor allem in diesem Alleinsein viel besser reflektieren kann, über Sachen nachdenken, bestimmte Aspekte des Lebens ausplanen, wie ich gerade gesagt habe, dass man dauernd das Gebrabbel von anderen Leuten hört und vor allem, dass man auch lernt. Also nicht nur wegen anderen Leuten, sondern auch wegen generellem Input. Je mehr Input du in deinem Alltag hast aus verschiedenen Quellen, desto weniger hast du Raum und Space, mal zur Ruhe zu kommen und mal alle inneren Sachen wirklich hochkommen zu lassen, sodass du dich damit auseinandersetzen kannst. Das funktioniert wunderbar in der Zeit alleine, wie er das hier nennt. Lernende Zeit alleine zu verbringen, bringt dir natürlich gar nichts, wenn das für dich bedeutet, du bist alleine, sitzt zu Hause und spielst 10 Stunden World of Warcraft. Das ist nicht das, was gemeint ist, denke ich. Die Person, mit der man die meiste Zeit verbringt, nämlich mit sich selber, auch zu akzeptieren und viel mehr zu integrieren, anstatt dauernd hier in die Einsamkeit auch zu versinken. Auch schon mal beleuchtet und sehr wichtig zu verstehen, Einsamkeit ist ja nicht das Gleiche wie alleine sein. Oftmals, wenn die Leute einsam sind, dann kommen sie mit sich selber nicht so gut zurecht oder haben halt andere Probleme und da heißt es, diese aktiv anzugehen. Wenn du die ganze Zeit alleine bist, dann bist du doch irgendwann einsam, weil irgendwann hast du keine Leute mehr in deinem Leben und da gibt es schon einen Zusammenhang. Ich glaube, jemand, der nie soziale Kontakte hat, wird sich grundsätzlich einsam fühlen. Ich glaube, das ist kein Ausdruck davon, dass man nicht mit sich alleine klarkommt. Vermeidungsstrategien und das einfach unter den Tisch zu kehren, ist ja das absolute Gegenteil von wahrer Männlichkeit und vor allem diesen Aspekt der Konfrontationsfähigkeit, dass man eben die dann auch angeht und sich selber mit den negativen Emotionen konfrontieren. mit sich selber alleine ist, ist das ja umso besser und umso stärker dann. Voll wichtig, ganz, ganz wichtig Entwicklungserspekt. Und dass man da dauernd auf der Frau drauf hockt, weil das ja dann wieder für Anziehung sorgt. Je mehr die Intimität, desto mehr diese Gewissenhaftigkeit und desto weniger diese emotionale Achterbahnfahrt, die viele Frauen ja wollen. Und wenn man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt, dann kriegt ja das Feuer wieder Luft zum Atmen, was ja umso mehr dann dafür sorgt, dass die Frau wieder mehr Anziehung spürt. Ja, gehe ich mit. Also, wenn man mehr aufeinander ist mit der Frau mit, ich gehe jetzt auch hier Partnerin aus oder Frau mit, der du länger Zeit verbringst, dann wird die Connection größer, aber die Anziehung natürlich ein bisschen geringer, weil man sich sieht, sehr gewohnt miteinander ist. Und wenn man dann mal eine Zeit mehr auseinander ist, weil der eine mal, keine Ahnung, eineinhalb Wochen im Urlaub ist oder so, dann ist natürlich die Connection ein bisschen weniger und die Anziehung wieder ein bisschen mehr. Das ist immer so ein vagen Prinzip. Wenn der Mann alleine an seiner Mission und seinen Zielen arbeitet, kommt es halt oftmals auch sehr schön als Nebenprodukt einher. Und deswegen, wieder die goldene Regel Nummer eins, eigene Ziele, Gesundheit und die eigene Mission immer an erster Stelle halten. Regel Nummer elf, du bist der Preis. Entferne die goldene Vagine aus der Mission, um ihren wahren Wert zu erkennen. Habe ich auch letztens mal gelesen hier bei mir in den Kommentaren, dass überlegt wird, ja, da hatte er eben hier so eine Werkstatt und eine Frau versetzt ihn zweimal bei festen Terminen und beim dritten Mal sagt sie, oh du, ich bin ja so beschäftigt, kannst du bitte den Wagen abholen und reparieren? Und dann ist ja das genau dieser Aspekt, dass Männer sowas dann überhaupt überlegen, soll ich sowas machen? Nur, weil die Möglichkeit auf Sexualität mit in dieser Gleichung ist. Und das ist ja genau diese Macht, was die Donteuse hier nutzt, um den Mann an der Karotte zu halten. Denn wenn man hier das mal abstrakt behandelt, wenn das jetzt ein guter Freund von mir wäre, wie würde ich mich denn da verhalten? Und meistens würde man dann sagen, du schlohlen Dachschaden. Und genau das hat man bei Frauen eben nicht, aufgrund dieses massiven Doppelstandards, die da herauskommt, weil Männer viel zu sehr auf weibliche Anerkennung und vor allem auf die goldene Vagene zielen und dabei ganz vergessen, dass sie selber ja der Preis sind. Attraktive Frauen gibt es wie Sand am Meer im Vergleich zu dem ernstzunehmenden Mann, der diese ganzen Regeln in seine Persönlichkeit integriert hat, weil die sind ja genau in der Minderheit. Das sehen wir auch in diesem ganzen Sturm. Ein kleiner Bruchteil der Männer hat einen Großteil der ganzen Frauen, vor allem in der Minderheit. Aber auch wegen Attraktivität muss man natürlich sagen. Also das ist natürlich, du bist der Preis, wenn du einfach grundsätzlich attraktiv bist, dann hast du ja auch nicht viel dafür gemacht. Aber ja, klar, okay. Fühle ich auf jeden Fall und dieser Aspekt des, genau, man sollte sicherlich nicht seine eigenen Regeln oder seine Wertvorstellung umstoßen, um irgendwie unbedingt Sex mit der Frau zu bekommen. Wenn du auf der Stine unterwegs bist, dann bist du natürlich vollkommen falsch unterwegs. Da solltest du natürlich immer eher auf die Frau verzichten und dir und deinen eigenen Werten und Vorstellungen treu bleiben. Genau, das ist für dich und deine inneren Entwicklung und deinen Selbstbewusstseinszustand oder Selbstwertzustand, sollte man vielleicht eher sagen, immer der wichtigere Aspekt. In der heutigen Zeit, da haben 20 Prozent der Männer Zugriff auf 80 Prozent der Frauen, wenn es um Punkt zu Sexualität und Co. geht. Und da sehen wir ja schon, das ist noch weiter oben, die Top 5 Prozent und die Top 1 Prozent. Ganz kurz vielleicht einmal zugesagt, so viele der Regeln kannst du natürlich auch umgekehrt anwenden. Also viele der Regeln kannst du auch für Frauen anwenden. Das sind allgemeine, ich würde sagen, Regeln für Menschen. Natürlich waren jetzt auch hier spezielle bei die, die auf Männer zugeschnitten sind, aber viele oder einige Regeln sind ja auch einfach nur so, was sollte man als grundsätzlich gesunder Mensch mit intaktem Selbstwert machen oder was sollte man machen, wenn man dieser Mensch werden möchte. Noch exponentiell mehr Frauen kriegen. Da sehen wir dann genau diese Aspekte, dass die Männer hier der Preis sind, weil sie sich das ja erarbeitet haben. Die Frau wird diesbezüglich ja schon reich geboren und deswegen sieht man ja auch die Männer, die das dann erstmal geleistet haben, viel höherwertiger an, weil das natürlich... Auf jeden Fall eine Dynamik. Du bist eine gutaussehende Frau und einfach weil du eine gutaussehende Frau bist, jung und gutaussehend. Du kriegst irgendwie viel Aufmerksamkeit von Männern und als Mann ist es natürlich eher so, dass du dir diese... Also klar, außer du bist einfach ein sehr gutaussehender Mann, dann ist es das gleiche Prinzip. Ansonsten musst du dir natürlich diese Aufmerksamkeit von Frauen schon eher erstmal dadurch erarbeiten, dass du gewisse Dinge in deinem Leben erreichst oder auch als Person an einen gewissen Punkt in deinem Leben kommst. Stichwort Entspanntheit, Stichwort, keine Ahnung, das Leben gelassen nehmen, diszipliniert sein, das Leben führen oder gestalten, was du gerne machen möchtest. Alles implizites Wissen irgendwo ist und es sich dann in solchen vermeintlichen Doppelstandards auch wieder zeigt. Männer, wie gesagt, sind ja der Preis. Das ist auch wichtig, das zu verstehen und damit die Regel Nummer 12. Du bist nicht für das Glück der Frau verantwortlich. Sehr wichtig, auch um die Co-Abhängigkeit und diese Bedürftigkeit hier der heiligen Frau, der Schöpfung, der Krone der Menschen hier entgegenzuwirken, weil das sehen wir auch öfters. Die Männer kommen da in so Beziehungen und werden dann zum Teil auch mit so Borderliner-Mädels oder psychologischen, auffälligeren Mädels immer mehr verstrickt und vom sozialen Umfeld rausgenommen. Da machen sie immer weniger mit ihren Freunden und man sieht dann immer mehr, dass sie den Captain Silverhoe hier spielen und dann glauben, ach ja, oh mein, die hat sich so schwer gehabt, ist ja schön und gut und wichtig zu verstehen. Sie hat sich ja nicht die Eltern oder die Erlebnisse oder das Umfeld immer ausgesucht, indem sie dann auch groß geworden ist, indem solche Aspekte auch erscheinen, aber es ist trotzdem ihre Verantwortung, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und die mit wirklichen Profis dann auch aufzuarbeiten, dass vor allem der Mann dann hier nicht plötzlich in die Rolle vom Psychotherapeuten oder hier ins Helfersyndrom abrutscht. Ganz wichtig, das sich auch einzuprägen. Ja, würde ich auch so sagen, genau, jeder ist für seine eigene Glücksgestaltung natürlich auch selbst verantwortlich. und die Regel Nummer 13, entweder liebst du Frauen oder du verstehst sie. Du kannst nicht beides tun. Und hier noch ein bisschen Zynismus, denn das ist oftmals, das muss er jetzt einmal kurz erklären. Wie vorhin gesagt, viele Männer irgendwie noch haben diesen Liebesbegriff, der wird so hochgradig, idealistisch und ja, die wollen, man sagt ja auch, dieses männliche Mutterbedürfnis, das Male Mother Need, die wollen diese Frau haben, die so dieser Engel auf Erden ist und den Mann so lieb, wie er ist, ohne dass er hier die Leistungslast erfüllen muss und dass er eben was an den Tisch bringen muss. Aber so läuft die Welt halt nicht und so ist sie noch nie gewesen. Das sind, wie gesagt, nur Illusionen, durch diesen ganzen Matrix-Schwachsinn, der vor allem den Männern eingebrannt wird, weil man sie ja dadurch auch ein bisschen mehr an der Stange halten kann. Hollywood-Filme sind sicherlich nicht der beste. Da muss man diese Aspekte durchleuchten. Punkt, um sich zu orientieren. Und dadurch ist es ja auch viel einfacher, dann auch hier mit Frauen klarzukommen, weil man dann auch irgendwann versteht, vor allem wenn Kinder da im Spiel sind, da geht es ja nicht um die Liebe, oh mei, wir sind ja so verliebt, sondern primär, dass man gesunde Kinder erzieht, dass man sozusagen im Team Mann und Frau diese Kinder in die nächste Generation bekommt. Deswegen versickert auch die Liebe meistens so, wenn das Kind vier Jahre alt war, weil man davon evolutionspsychologisch davon ausgeht, dass die Kinder da zum ersten Mal dann mit dem Stamm mitlaufen konnten und da die Liebe nicht mehr so stark dann zwischen den Partnern ist und auch diese Funktionalität nicht mehr so gebraucht wurde. Deswegen wird es ja viel zu sehr hochgebauscht und romantisiert und ja, oh mei, die soll mich doch so lieben und oh blablabla, sowas gibt es aber leider nicht. Je schneller man sowas versteht, ist leichter kommt man auch damit klar. Finde ich wieder sehr schwarz-weiß ausgedrückt, finde ich inkorrekt in der Hinsicht. Also ich glaube, du kannst eine Frau lieben im Sinne von, wir sind jetzt wieder auf der Partnerschaft nicht eben offensichtlich so im, nehmen wir an, du hast eine Frau, mit der du Kinder hast, du kannst deine Frau lieben im Sinne von, ich liebe meine Frau und du kannst trotzdem diesen Verstehen-Aspekt am Start haben im Sinne von, ich verstehe aber trotzdem, oder nehmen wir an, die haben noch keine Kinder. Ich verstehe aber trotzdem, dass wenn ich diese Leistungslast, wie er das nennt, nicht erfülle, dass sie dann vermutlich sich irgendwann einen anderen Partner suchen wird, weil sie keine Ahnung eine Familie gründen will. Natürlich, wenn eine Frau mit dir eine Familie gründen will und du, keine Ahnung, setzt dich hin und sagst, keine Ahnung, ich will Hartz-IV-Empfänger werden oder Bürgergeld-Empfänger und die Leistungslast, ich will jetzt mal diesen Begriff, nicht tragen, klar, dann wird sie sich wahrscheinlich sagen, gut, ich will eine Familie gründen, das funktioniert so nicht, ist ja auch korrekt oder das heißt, ist korrekt, du kannst natürlich auch mit Bürgergeld eine Familie gründen, aber ich verstehe den Punkt, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, wenn meine Frau sagt und wenn ich eine Familie gründen will und meine Frau sagt, ich chill jetzt den ganzen Tag, dann würde ich mir auch denken, okay, warum soll ich denn mit dir eine Familie gründen, macht ja keinen Sinn, wir müssen das ja zusammen als Team machen. Von daher kann ich auf der einen Seite, glaube ich, die Frau lieben, auf der anderen Seite, aber trotzdem verstehen, dass diese, ich sag mal, Dating-Markt-Aspekte, diese Beziehungsaspekte, diese bedingungslose Liebe existiert nicht, das stimmt schon, Aspekte da sind, ich glaube, beides kann nebeneinander existieren und was das mit dem, mit der Liebe nach vier Jahren angeht, ich glaube, dieses Verliebtsein ist kein Zustand, der sehr lange hält, ich glaube aber, dass ich eine Person schon lieben kann, auch wenn man länger zusammen ist, auf gewisse Art und Weise, liebe ich auch meine Ex-Freundinnen, aber nicht, nicht auf diese partnerschaftlich Liebe Art und Weise, sondern einfach als Menschen, so waren ja besondere Menschen in meinem Leben, also, ich bin nicht verliebt in meine Ex-Partnerin, sondern als Menschen liebe ich sie, könnte man so sagen, weil waren halt wichtige Personen, ich liebe auch meine Freunde oder meine Familie, waren ja alles wichtige oder sind alles wichtige Personen in meinem Leben, mit denen ich nur gute Zeit verbracht habe, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten oder Stufen von Liebe, dieses Verliebtsein, dieses romantische Verliebtsein, was sehr hormonell bedingt ist und dann so ein bisschen dieses, ich sag mal, Reifere, Erwachsenere, den Menschen liebe ich einfach, Aspekte, was sicherlich auch ein bisschen mehr kognitiv ist, aber ich glaube hier, wie gesagt, 13. Regel, ich glaube, beides kann nebeneinander existieren, sollte es optimalerweise auch, ja. Das ist auch wichtig, die Leute, die dann da sagen, boah, das macht mich total fertig, diese Erkenntnis, die haben leider Gottes die Regel 1 nicht kapiert, denn an erster Stelle muss immer der eigene Persönlichkei Ja, ich glaube, das ist eine harte Pille zu schlucken, wenn man wirklich kennt, bedingungslose Liebe in einer Partnerschaft gibt es jetzt nicht wirklich, nur weil die Frau einmal zu dir gesagt hat, ich liebe dich, heißt das nicht, dass sie, egal was du tust, egal wer du wirst oder was du machst, dich für immer lieben wird, aber das macht ja auch, das ist ja auch total sinnig, so ist doch auch klar, so ich würde auch mich von Freunden zum Beispiel trennen, wenn die irgendwann, keine Ahnung, eine andere Person umbringen und dafür im Knast landen, so das wäre jetzt auch so, dass ich sagen würde, okay, ich glaube, wertetechnisch passt das Freundschaftlich dann nicht mehr wirklich zusammen, das ist ja ganz normal, aber klar, viele Männer sind, auch Frauen, sind so ein bisschen in dieser Illusion der ewigen, perfekten Liebe, die ohne Bedingungen ist und dass das Blödsinn ist, da gehe ich total mit, komplett mit und ja, das ist eine harte Pille zu schlucken, wenn man viel, ja, viel in den Mainstream-Medien aufgewachsen ist, wo viel mit dieser Idee gespielt wird, natürlich wird mit dieser Idee gespielt, weil das ist natürlich auch eine coole Idee, du guckst dir das gerne im Fernsehen an, das ist ja so die Idealvorstellung im Kopf der Leute, deswegen kann man mit dieser Idee natürlich auch gut Medien gestalten, aber hat halt mit der Realität nicht so viel zu tun. mögliche Sinn sein, der Mission und der eigenen Ziele, das Leben fragt und wir müssen dem antworten und vor allem, wenn man schaut, okay, was ist hier da, welche schöpferischen Werte kann ich bedienen, welche Erlebnis- und Einstellungswerte mit männlichen, toxischen Bünden, so wie es jetzt gehört, oder vor allem mit Einstellungswerten, dass man schaut, okay, ich nutze das, um mich zur höchsten Version meiner selbst aufzustellen, immer wieder wichtig im Vergleich, dass man dann da irgendwelchen Einhörnern hinterherläuft und sagt, oh mei, eigentlich will ich ja bloß die Frau, die mich so liebt wie meine Mutter, von der einen Sätze zur nächsten, so kann es aber leider nicht sein für gute männliche psychische Gesundheit und damit gleich weiter zur Fetzentenrichtung. Auch sowieso eine Partnerschaft oder eine Beziehung mit einer Frau ist ganz anders als die Beziehung, die du zu deiner Mutter haben wirst, also da kannst du schon mal gar keine Parallelen ziehen. Keine Frau möchte deine Mutter sein, das kommt auch hinzu. Wenn du ihre Welt sexuell nicht trocken willst oder kannst, suchst du dir eine andere Frau oder andere Frauen. Das ist auch sehr damit einhergehend, dass vor allem die Männer dann immer versuchen, der Frau alles hier beim Bunga Bunga recht zu machen. Dabei sind Menschen ja auch für sich selber verantwortlich und man kann nicht zu sehr schauen, dass die Bedürfnisse vom anderen erfüllt werden, hier beim Bunga. Die müssen ihren Körper auch selber kennen und müssen auch Bescheid wissen, was sie gerne mögen. Und wenn die dann nur die ganze Zeit den C-Stern macht, warum sollte man denn hier dann sich da überinvestieren? Das ist ja genau das, dass ich da dann auch diese ganzen Nice-Guys mit Helfersyndrom dann oh my this und this und this und sie macht bloß Patrick the Star, das ist ja auch irgendwo planlos. Und hier gibt es natürlich manche Aspekte, die man bei sich selber verbessern kann. Gibt es ja auch das schöne Buch The Bunga God Method, wo es ja um diese vier Eckpfeiler geht, dass man schaut, dass die Varietät immer da ist, Abwechslung. Wie hat es der erste Prophet schon mal gesagt? Man braucht Abwechslung. Der zweite Aspekt ist hier die Dominanz, der dritte die Emotionalität und der vierte die Intensität, weil das ist ja genau das. Sehr, sehr wenige Frauen wollen dieses Kuschelmäßige und dieses ja Betaisierte. Und da musst du es ja richtig reinhämmen. Sonst würden sie ja nicht den Fifty Shades of Grey so abfeiern in so vielen Kulturen. Vor allem das Spannende dabei ist, dass wir das ja auch wieder sehen, wenn man das Benutzerverhalten auf Pron Hub zum Beispiel anschaut von den Frauen. Die wollen ja genau diese Beauty- und die Beast-Dynamik, vor allem im Punkto Bunga Bunga, auch sehr wichtig. Und wenn hier aber trotzdem dann nicht das von beiden Seiten bedient wird, dass die Frau auch immer schaut, okay, was taucht und nur immer sagt, oh ja, oh, das und das. Ist man als Mann halt hier nicht überverantwortlich. Ganz wichtig, das auch zu verstehen und hier dann auch zu sagen, hey, pass auf, klappt einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Punkt habe ich jetzt nicht so ganz gekriegt. Also ich würde nicht sagen, also klar, Frauen mögen auch härteren Bunga, um es mal in seiner Sprache zu sagen. Vielleicht sagt man das, damit es auf YouTube nicht zensiert wird. Aber auch emotionalere Geschichten, beides gehört irgendwie zu einem intakten, gesunden Sexleben dazu, Bunga-Leben. Von daher, das würde ich so nicht sagen, das stimmt nicht. Und ja, okay, wenn die Frauen nur den See stellen, die Regel finde ich komisch. Klar, wenn eine Frau jetzt irgendwie gar keine Lust auf Sex hat, dann wäre das auch keine Frau, mit der ich auf Dauer meine Zeit verbringen wollen würde, weil, keine Ahnung, ist halt ein wichtiges Thema. Gerade in einer langen Partnerschaft, gerade wenn es auch eine monogame Partnerschaft sein sollte, wo nur du mit ihr Sex hast. Klar, dann macht es halt irgendwie keinen Sinn, wenn das der Punkt gewesen sein soll. Alles, was du wissen musst, wenn es jetzt in puncto Persönlichkeit und Psyche der Frau geht, ist erstens die Umgebung, in der sie aufgewachsen ist, die Subkulturen, die sie feiert. Ja, ist es vielleicht so eine toxische Feministin mit Gleichheitswahn? Vorsicht, vor allem, wenn sie da noch Katzen daheim hat, aus dem Fenster, vorwärts raus hechten. Katzen, mal beleuchtet, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Typ von Kerlen, mit denen sie was hatte, auch sehr spannend, da sehen wir hier die Partnerselektion. Wenn sie jetzt hier die ganze Zeit nur kurzfristige Aspekte bedient hat und ganz viele Zahlen auch vorzuweisen hat, auch mal beleuchtet das Problem mit Frauen, die viele Partner hatten, die ja dann oftmals auch vermehrt über Depressionen klagen. Denen zusammen scheint es zu geben. Auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen und auch die Beziehung zwischen Eltern, vor allem dem Vater, das können viele von euch bestimmt auch bestätigen, je besser die Beziehung zum Vater der Frau, desto angenehmer ist oftmals die Persönlichkeit und die Psyche. Und damit zum letzten Punkt, den H-Faktor der Persönlichkeit aus dem Hexaco-Modell, das ist der Honesty-Humility, also Ehrlichkeit, Bescheidenheitswert. Da habe ich auch schon mal zwei Videos diesbezüglich gemacht, die mag ich aber auch noch mal gerne unten in der Infobox. Und das ist eben auch ein Aspekt, der auf gar keinen Fall missachtet werden darf und deswegen auch ein Teil dieser goldenen 15 Regeln. Und wenn man die sich eingeprägt hat... Okay, nur um das noch kurz klar für mich zu kriegen, genau alles, was du wissen musst, Umgebungen, in der sie aufgewachsen ist, Subkulturen, die sie feiert, ihre engsten Freunde, Typ von Kermitte. Okay, also klar, wenn du jetzt eine Frau konziderst für eine feste Beziehung oder vielleicht mit ihr in einer Familie zu gründen, dann solltest du dir sicherlich über viele Aspekte der Frau auch klar sein und gucken, ob sie zu dir passen. Und sicherlich Umgebungen, in der sie aufgewachsen ist, wie so ihre Beziehung zu ihren Eltern ist, das kann einem schon sehr viel sagen. Subkulturen, die sie frei hat, klar, sagt ihr etwas über ihre Persönlichkeit, ihre engsten Freunde, auch das irgendwie, Typen von Kerlen, mit denen sie was hatte. Klar, auf jeden Fall, diesen Zusammenhang mit der Depression scheint es tatsächlich zu geben, wobei ich auch Studien gesehen habe, die den Zusammenhang nicht finden konnten. Ich habe keine Metastudie dazu gefunden, deswegen muss man so zu allgemeinen Aussagen dazu vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ist immer schwierig, aber ja, auch wieder habe ich nicht so ganz gecheckt den Punkt der Regel, aber wenn es bedeuten soll, dass man irgendwie gucken soll für eine längere Beziehung oder auch Familiengründung, dass die Frau irgendwie zu einem passt, dann gehe ich da vollkommen mit und dass man sich solche Aspekte wieder aufgelistet sind, angucken kann, auch da würde ich mitgehen. Also generell muss ich sagen, ich hole mal gerade noch seine Website rüber hier. Ich finde Klaus Thiele eigentlich ganz gut. Ich finde es ganz cool, dass er hier, also klar, er ist natürlich so ein bisschen, er formuliert halt sehr, so, wie sagt man, provokant auf jeden Fall, ist ja sein Ding halt. Ich finde es cool, dass er hier so ein Literaturverzeichnis hat, wie man es halt in der Wissenschaft auch haben würde und zu quasi allen Aussagen, die er tätigt, dann auch mindestens eine Studie mal immer verlinkt hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, Mr. Sexy ist relativ, obwohl er nicht da bleibt. Dann hast du hier einfach, wo ist es, genau, hast du hier eine Studie verlinkt, die du dir auch angucken kannst. Ich habe hier auch mal eine rübergeholt. Das war aber was anderes. Das war dieses, hast du halt verlinkt. Das Blöde ist halt, wenn du jetzt, ich habe noch über die Universität Zugriff und kann mir halt die Vollversion anzeigen lassen. Du kannst sie auch runterladen, theoretisch. Wenn du das jetzt nicht hast, dann kannst du dir nur das Abstract durchlesen. Also vielleicht für alle, die das jetzt nicht wissen, das Abstract ist einfach die Zusammenfassung der gesamten psychologischen Studie. Man muss natürlich immer dazu sagen, um wirklich jetzt, also er macht das sicherlich am allerbesten von allen Leuten, die in dieser Red Pill Szene unterwegs sind, dass er halt Studien verlinkt und auch eine Menge Studien verlinkt hat. Wenn man allerdings in der Wissenschaft wirklich glaubwürdig eine Aussage untermauern wollen würde, würde man mehr als eine Studie verlinken, würde man optimalerweise eine Metastudie verlinken. Also eine Metastudie ist einfach eine Studie, die mehrere andere Studien zusammenfasst und dann eine Gesamtaussage treffen kann. Das ist im Hinblick auf Glaubwürdigkeit von Studienaussagen das höchste Level. in der Pyramide. Wie gesagt, ich finde, er macht es besser als fast jeder andere, aber man kann natürlich immer noch sozusagen in der Hinsicht Kritik üben, was man halt oft hat bei solchen Studien. Das kannst du auch hier wieder sehen, ist das durchschnittliche Alter der Partizipenten, also der Teilnehmer, range von 17 zu 32. Was du ganz oft hast in psychologischen Studien, das hatte ich jetzt auch in meiner Abschlussarbeit, ist, dass du sehr junge Leute dabei hast, auch wenn du im psychologischen Bereich unterwegs bist, oft auch viele Frauen, was natürlich das Ganze immer so ein bisschen verzerrt, also die Idee von Studien ist immer, dass du aufgrund von einer kleinen Stichprobe, du befragst jetzt 100 Leute, wenn du es gut machst, wenn du die Studie gut machst, dass du deine Aussage für die Gesamtbevölkerung treffen kannst mit deinen Ergebnissen. Das setzt allerdings voraus, dass deine Stichprobe hier auch so ein bisschen aussieht wie die Gesamtbevölkerung und du siehst, du siehst ja der Mittelwert, der Mittelwert des Alters, der Teilnehmer war 18,92 Jahre und natürlich, wenn du dir jetzt die Gesamtbevölkerung in Deutschland anguckst, das Zwischensalter liegt nicht bei 18,92 Jahren, demnach, das sind solche Sachen, die man sich halt angucken muss, um sozusagen so ein bisschen auch einschätzen zu können, wie glaubwürdig sind jetzt die Studien und inwiefern ist auch eine Übertragung auf die Allgemeinheit machbar. Also wenn ich mir das hier angucke und ich sehe hier diesen Mittelwert und das ist die einzige Studie, die meine Aussage untermauern soll, die ich anführe, so wie das jetzt hier bei Klaus Thiele der Fall ist, eine Studie gelistet zum Beispiel, hast zum Beispiel, ich habe nur einmal kurz drüber geguckt, aber hast dann zum Beispiel sowas wie das hier, Mittelwert 18,92, dann kannst du dir halt schon fragen, okay, ist das wirklich eine Aussage, die ich für die Allgemeingesamtheit der Menschen treffen kann und die Antwort ist eigentlich nein. Es ist sicherlich irgendwie eher so eine erste Tendenz. Das hast du auch hier bei einer weiteren Studie, die ich dir angeführt habe, wo es darum geht, dass Männer, die nicht, ach so genau, Männer, die hard to get sind, sozusagen, die sind beliebter oder sind irgendwie für die Frauen interessanter und auch hier wieder, wo haben wir es denn, wo ist denn das Durchschnittsalter? Ich meine, da war das nämlich die gleiche Geschichte mit dem Alter, weil du das eben bei ganz vielen sozialpsychologischen oder sozialwissenschaftlichen Studien hast. Was sind die Stichprobe beschrieben? Den Woman, ich glaube, ich müsste eigentlich hier oben bei Methoden beschrieben sein. Das ist auf jeden Fall so ein Faktor, wenn ich während ich immer weiter suche, der da immer mit reinspielt. Okay, ich finde es jetzt hier tatsächlich gerade nicht mein, aber dass das da, dass das so war. Also wie gesagt, finde ich ganz cool, finde es geil, dass er hier wirklich, wirklich Studien zu jeder Aussage irgendwie verlinkt hat. Negative Effekte weiblicher Promiskuität ist das, worüber er gerade gesprochen hat und dann hast du halt hier, kannst du immer draufgehen. Das habe ich tatsächlich auch, das ist sehr interessant zu lesen. Schon ein bisschen älter, zwei, drei, aber hier sind Korrelationen, wurden Korrelationen, also Zusammenhänge gerechnet zwischen, wie viel Sexualpartner eine Frau hat. Ich glaube, es geht hier tatsächlich nur um Frauen und wie verschiedene Outcomes sind. Also du kannst hier sehen, keine Ahnung, je länger du damit wartest, sexuell tätig zu werden, sozusagen, desto, was ist hier die Korrelation, for women, age of first voluntary sexual, oh ne, das ist nicht das, average early onset of listening to higher turnover rate. Okay, genau zum Beispiel, je früher du irgendwie anfängst miteinander zu schlafen, desto mehr verschiedene Partner wirst du haben oder sowas wie, keine Ahnung, je mehr delaying sexual activity cuts the odds of contracting sexual, okay, mit Krankheiten, das macht natürlich auch Sinn, aber sicherlich auch solche Sachen wie, wo war das denn, das hat er dann zum Beispiel angeführt, das ist sicherlich ein interessanter Punkt hier, delaying sexual activity leads to greater marital stability, also zu größerer Stabilität in, in Ehen, also je länger man die sexuelle Aktivität delayt nach hinten, du siehst hier Leute, die mit zwölf und jünger anfangen, greater marital stability, die haben das wahrscheinlich reported, also die haben gesagt, so und so zufrieden ist die Beziehung, du siehst hier, also du kannst den Trend ja schon erkennen hier an der Kurve, oder je früher du sexuell unterwegs bist, desto höher ist das Wahrscheinlichkeit, dass das Kind irgendwie in armen Verhältnissen aufwächst, macht natürlich Sinn, wenn du jünger ein Kind kriegst, das ist ja auch irgendwie logisch, hier, delaying sexual activity is linked to greater happiness, auch hier relativ klare, ein klarer Trend, würde ich sagen, reduces depression, auch hier ein relativ klarer Trend, die Kurve geht nach unten, du hast natürlich hier ein paar Ausreißer mit drin, aber auch hier wieder, ich sehe das jetzt hier so und habe jetzt aber auch, habe jetzt aber hier tatsächlich negative consequences, also das ist so eine, das ist so ein schön zusammengefasstes Ding hier, du siehst hier irgendwelche Tabellen und so, Grafiken, ich kann die Studie oder was das hier jetzt auch immer ist, aber auch insofern nicht überprüfen, außer steht jetzt hier unten noch, insofern, dass ich mir angucken kann, wie wurde diese Studie denn überhaupt gemacht, das steht hier nämlich nicht, also das ist, das ist keine klassisch berichtete Studie, da fehlt halt alles, wenn ich diese Studie nachbauen wollen würde, könnte ich es nicht machen, es ist einfach nur, ich sage mal, gut dargestellte Ergebnisse, ich kann an dieser Stelle nicht bewerten, wie gut diese Studie ist, ich kann mir zum Beispiel nicht angucken, das, was ich gerade schon erwähnt habe, wie so die Verteilung von Geschlecht ist oder wie das durchschnittliche Alter ist, demnach sind eben Aussagen, die ich jetzt aufgrund dieser einen Sache treffen kann, ja, begrenzt als glaubwürdig zu betrachten, das ist halt das Ding, also wie gesagt, ich finde es geil, dass das Studium anführt, das macht auch sonst niemand und auch wirklich viel hier drin hat, zu jeder Aussage quasi irgendwas, auch wenn es meistens nur eine Studie ist, wie gesagt, für Bär Glaubwürdigkeit würdest du eben mehr oder eine Metastudie anfügen, die hat da mal zwei drin, aber ja, wie gesagt, finde ich eigentlich ganz nice, aber man sollte auch alle Aussagen irgendwie mit a grain of salt betrachten, weil du, wenn du googlest, für viele Sachen auch eine Gegenstudie finden kannst, das ist ein bisschen das Blöde in der Wissenschaft, natürlich gibt es ja nicht immer den großen Konsens, außer vielleicht, dass wir wissen, dass Rauchen schädlich ist, aber genau, das mal zu Klaus Thiele, Thema Red Pill, ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt und dann sehen wir uns im nächsten Video.